Hallöchen und willkommen zurück zu Let's Play League of Legends Together. Natürlich wieder mit Sascha. Jo, hier. Und die Teamaufstellung sieht gerade so aus. Im Gegnerteam Hikarim, Volibear mit Skin, Xerath mit Skin, Miss Fortune und Diana gegen Zed, Garen, also Sascha, Nidale, Sion und meine Wenigkeit als Ari mit Skin. Oh, da fällt mir mal ein. Ich brauche vielleicht meinen Guide. Ach, Guide. Wer braucht das denn schon? Wer überbewertet, ne, klar. Ja, klar. Wer braucht schon Guides? Ja, so wie Hilfe. Ist auch überbewertet. Ja, genau. Der stirbt, der stirbt, ne? Richtig. Unser Jungler, der hat irgendwie, der spielt gerade auf dem Taschenrechner. Der will nicht. Ne, ich spiele auf dem Tablet-PC. Hikarim geht übrigens auch junglen. Dann kommt Diana in der Mitte, oh, die wird fies. Oder Zeran. Oder wie der heißt. Ich meine Diana. Ich meine Diana geht mit. Volibear ist dann top. Solo top Volibear? Ja, wer denn sonst? Missfortune wäre ein bisschen... Bisschen lasch, ne? Aber ich hätte Volibear gedacht, der geht Bot-Lane. Ja, bestimmt Bot mit Missfortune. Aber wer geht denn dann top? Xerath. Mhm. Schafft der es gegen zwei? Ne, bei uns ist ja auch Solo. Stimmt. So. Und gegen Sion? Oh, das wird schwer für ihn. Sion? Außer... Das wird lustig für unseren Xerath. Beziehungsweise für den gegnerischen Xerath. Können wir dann mal starten? Bitte? Na, dann spiele ich mal Port, ne? Du leckst gerade ein bisschen. Hm, nee. Jetzt nicht mehr. Wie verlockend. Was kann Sion eigentlich tolles? Ähm, Sion kann... Tanken. Ah, sehr schön. Ey, Niederle. Usch. Super. Wer geht nochmal... Äh, warte, Z geht junglen, richtig? Mhm. Da fuhr. Okay, Ari, top lane. AP mit Champ. Top. Ne, ist top nicht Solo? Jetzt nicht mehr. Oder willst du unten Hilfe? Ach, Quatsch, du kannst oben bleiben. Ne, ne, ich geh erstmal dem Set helfen. 30 Sekunden bis zum Erscheinen der Vasallen. Ähm. Ich weiß jetzt, wie ich die, äh, wie ich Cooldown von, die Ulti von Garen herunterbekommen. Wie? Aber dafür müsste ich ein Item kaufen, was aber AP ist. Naja, welches denn? Ähm, Moment. Dann verringert das minus 20%. Aber natürlich ist das ein AP, das ist scheiße. Was begehst du? Ähm. Also, was meinst du, die haben wir unten? Oh, ich hab sogar zwei Items. AP, dann hab ich minus 50%. Komm, was meinst du, wer ist unten? Mal schauen. Keiner. Cool. Die passen auf den Jungle auf. Ja. Wohli. Der kassiert gleich den Ball. Warte, warte, und Miss Fortune, okay. Ach, das geht ja. Das schaffen wir locker. Hast du ein Wort? Ne, ne. Achtung, bereit? Ich, 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 meine E. Da flugt. Ach, du Scheiße. Oh, der hat mich geschlagen. Nochmal. Mir leckt das gerade derbe. Und du hast genau ins Leere geschossen. Ja, das kann ich jetzt aber nicht mehr aufs Leck schießen, da. Jetzt geht's wieder. Hau ab, Wohlibeer. Push. Und ich mach Schaden. Anständig. Achtung, Wohlibeer ist im Busch. Okay. Demastien! Side-off. So, Totten kann ich jetzt auch schon. Du hast kein nicht zufälligen Mana. Garen und Mana? Stimmt, ich hab auch keine Mana. Ich brauch Mana. Hast recht. Verbrüß. Oh, es laggt wieder. Oh je, du stirbst. Oh je. Nein. Wie verlockend. Tot. Ah, sehr schön. Bin jetzt, hast du ihn mitgenommen. So, als nächstes ist der Hexe. Aber mit Lecks zu spielen ist ganz schön, äh, ne Herausforderung, sag ich mal. Warum Lecks'n bei dir? Weiß ich nicht. Das macht Zed hier. Achso. Blöde sagen. Richtig. Wer ist in der Mitte? Xerath? D'Afu? Okay. Ja, süß. Süß. Oh, Jungler gegen Jungler. Oh, Jungler gewinnt. Jungler gewinnt, genau. Bin wieder da. Und Wodibär auch. Last. Ich hab Last gekriegt. Das Reit, das war's wert. Noch 400 Gold. Dann hol ich mein... Item. Ui. Du kriegst Besuch. Warte, Wodibär taunt ich. Renn schneller. Sonst könntest du ein Problem haben. Moment. Was kaufe ich mir denn da nach? Okay. Achtung, Wodibär. In den Büschen. Okay. Ein Diefen wurde getötet. Erzähl mir ein Geheim. Komm, schaffst du's. Musst du schaffen. Ich kann nicht schaffen. Noch nicht. Wodibär kassiert. Lass uns jetzt mal. Ja, das mein ich ja. Ich bin weg. Wenn ich Mana hätte. Jetzt gibt's auch's Maul. Aber richtig. So pro Sekunde 10 nach ist ja nur nix. Was macht der Hikarim hier? Da wollte du kassieren. Aber der geht schnell down. Mana hat Kassierter. Aber ich hab keinen Mana. Beeil dich. Wo ist eigentlich unser Professor Eich? Wenn man ihn mal braucht. Auf der Straße wieder. Wieso hilft's denn dir nicht? Nein, der möchte Kass machen. Achso. Das wird wieder Teamplay vom Feinsten hier. Ja. Ich taunte gleich Wohli. Lass ihn ruhig. Wenn er gleich hier ist, taunte ich ihn einfach. Da kommt er zu mir. Da kommt er. Na, verraten. Mein Gott, meine Skillshots sind wieder legen. Warte. Der. Nein, noch nicht. Komm. Ruf da. Ich neidruf, der ist verreckt. Der ist down. Lass stecken. Mann. Kass, Arsch. Wer, ich? Quatsch. Wer macht ihn schon heutzutage KS? Du. Arsch, Quatsch. Komm her. So. Missvorziehung gegen... Gegen, gegen... Ari. Nee, lieber nicht. Ciao. Achso, du gehst? Sicher, ich bin schon weg. Da traust du mir nicht. Kommt, mana. Perfekt. Nach dir schon, schon für 6. Mhm. Das heißt, sie hat eine schöne Ulti dabei. Ich freue mich schon mal, wenn ich 6 bin. Oh, das glaube ich dir. Vorsicht, Voli, Bär. Ja, Vorsicht, er hat gewordet. Ist auch im Ampli, ist. Wir müssen auch mal warden. Oh, greif doch nicht direkt an. Nicht, dann greifst du alleine an. Nein, am besten greifst du an, wenn ich dir auch helfen kann. Verstehst du? Ach, du kannst mir nicht helfen. Ist gerade schlecht. Ja, krieg ich. Ja, komm. Fuck. Zurück. Die Kugel hat nicht erwischt. Nein, nein, nein. Ich will nicht sterben. Aue, survive. Oh, oh, jetzt bin ich am Arsch. Jetzt bin ich am... Na, doch nicht. Bleibst du hier und schlachtest, Voli? Na, ich bleibe hier. Sehr gut. Na gut, Voli schlachten mit meinem Life ist ein bisschen... ...unzertrieben, ne? So, ähm... Missfusion hat das... Ach. Der Kopf hier doch auch mit Tränke. So wie Missfusion. Ich hatte schon Tränke. Juhu. Und da kommt ne Rasenmäher. Ah, Voli! Ich komm. Arsch! Ah, Hikarim! 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 Hilfe! Hab ich getauntet? Wolli getauntet. Gib ihm! Hikarim! Hikarim! Sehr schön. Was? Was? Ja, Mist. Missfortunen hat auch... ...einen auf die Glocke bekommen. Okay. Crazy shit. Ich kann mir was kaufen. Mh, das freut mich. Zurück. Zurück. Hm, musst du auch nochmal zurück. So, 4-1. Geht schon. Kauf, kauf, kauf. Perfekt. Was begehrst du? Hehehe, 1-2. Geht nicht. Ich glaube, ich wäre eine bessere mit Champ als Nidale. Obwohl, Nidale ist OP-Champ eigentlich. Ich sag mal so, wenn du einen Champ richtig spielst, ist der so oder so OP. Was ist da? Erzähl mir ein Geheim. Was ist da? Wo ist was? Hier ist nix. Och, Ulti, komm, nur 60 Sekunden. Ich wäre so weit. Ich bin ihrer überdrüssig. Mist. Der Taunt ging daneben. Äh, Wully, wer ist hinter dir gleich? Pass bloß auf. Oder hinter mir, noch schlimmer. Fertig, wir schnappen uns. Wir sind neid drauf. Oh, KS. Wieso? Boah, ey. Und wieso ist mein CP jetzt auf V? Was? Hier, der Blitz, wo man sich wegportet, ist jetzt auf V und nicht mal auf D. Was denn? Ich muss ja nur schocken. Ich bin weggeportet, weil ich nichts mehr hatte, ich komme jetzt runter. Ich habe ein Ulti. Denkst du, ich schaff das? Na, versuch's. Wenn du möchtest. Ich will nicht für deinen Tod verantwortlich sein. Noch ein bisschen näher, komm. Put, 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 put. Jetzt rein. Gib ihr! Multi! 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 Na, fast, fuck. Schade. Die Portet weg. Und da kommt ein Rasenmäher. Vorsicht und Wully, ja. Der Taunt ging wieder voll in die... Ich schwimm auch mal weg. Baa, bist du irre? Dann... Lass mich ja lang mit Wullybär. Ach, super. Noch 30 Gold. Ja, die kannst du auch warten eben. Ich warte eben, bis Wullybär mich umbringt. Ne, dann spüle defensiv. Hm. Du kennst mich, das funktioniert bei mir nicht. Sollen wir? Oh, oh, es laggt, es laggt. Okay, ich hab mein Item. Ich fahr... Ich hau ab. Zawoli. Ja, ich hab mein erstes Item. Ist das nicht schön? Ich hab mein Ulti verhauen. Super. Ich auch. Ich muss nur noch 80 Sekunden warten. Ich sag mal so, das mit dem Ulti-Faun hat mir aber das Leben gerettet, also. Ahaha, meins. Ah, nicht meins. Höfe was. Ich hab kein Ulti, also ohne Ulti kann ich nix hütten. Okay. Alter, wie heilig kitzeln. Alter, was ich für Schaden an der Fortune rausdrück. Ah, knapp. Egal, komm. Ich, ich tank Tower. Sehr gut. Ich geh mit. Kein Mana mehr, ich bin tot. Soll der Scheiß. Soll der Scheiß. Okay, weg, 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 weg. Ja. Da kommt Jungler. Ah, yo. Ich porte weg, ich hab wieder mal kein Mana. Sorry. Komm, Ulti rein. Gib ihm. Ich hab noch keine Ulti. Ich hab noch keine Ulti. Oh, schlecht. Sehr gut. Äh. Ich hab die Vermutung, dass die 20 Minuten aufgeben. Hm. Schauen wir mal, ne? Ach, warden wollte ich. Haha. Gut, dass mir das wieder einfällt. 500 Gold. Super. Komm, mach Tower Down und... Oh, Miss Fortune. Ach, die macht mir nix. Was begehrst du? Siehste. Ich wurde erst mal. Komm mal. Da ist Wohli. Jetzt würde ich wegrennen an deiner Stelle. Ja. Oh, Gehirn. Oh, beinah. Hm, dass sie knallt hätte sie fast. Oh, Mann. Ah, doch. Hinter dir. Was ist hinter mir? Nee. Okay, hinter mir. Chill. Niederlöcker eins. Niederlöcker eins. Oh. Ach. Heka-Dings ist unterwegs. Nein, nicht Heka-Dings. Doch. Heka-Dings. Lebst du eigentlich noch? Lebst du eigentlich noch? Ja klar. 6,1. Hehehe, eins, zwei. Nach dem Suppe noch 100 Gold, das dauert doch viel zu lange zu warten. Verkauf was. Stimmt. So. Aber wir schlagen uns recht wacker, trotz dass ich Bot laufe. Serhat ist wieder weg. Wieder den Kopf weg. Oh, super. Irgendwer hat Blue-Buff. So, rein. Ja, ich glaube unser Jungle... Ne, unser nicht. Wobei... Oh, Woli. Vorsicht. Der hat... Voll daneben geballert. Standard-Nä. Na, Woli, komm. Und Miss-Fortune, Hallöchen. It's a trap. Komm zurück. Dann nicht. Oh, da war Woli drin. Warte. Mhm. Komm, ich den rauskrieg. Wenn er gleich kommt. Ne. Komm, lass eben Drachen machen. Ich brauch Geld. Aufhaltbar. Oh, Moment. Danach gehen wir mal mit. Dann geh ich weg, Ma. Wo wollen wir nicht. Naja. Nur unten erstmal Rasenmäher spielen. Ja, mach du mal. Ich geh mit dir helfen. Vertraust du mir nicht? Nidale ist sogar 9-0. Nicht schlecht. Nidale muss ich auch mal ausprobieren. Scheint mir ja doch ziemlich viel tot zu machen. So, machen wir jetzt mal den Tower in die Mitte. Obwohl, die machen das schon. Lass weiter Bot laufen. Okay. Ich morde das Ganze schön. So, 22,3 steht es insgesamt. Was? Okay, zwei davon gehen auf mein Konto von den Toren. Vertraust du mir nicht? So, schön gewordet. Ich hab Scheiße gewordet, sehe ich gerade. Oh, ich bin. Oh, ich bin. Oh, ich bin. Oh, je. Ich kann mir immer umhelfen. Mach das. Ich komme mit. Gegnerische Dream 4-0 Aufgabe. Ja, das war ein sehr cooles. Ja, ach so. Ja, super. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ja, haut rein. Abschản bloß. Ja, irgendwie Affairs. Was ist dann super was ich. Das war scheiße. 今回 hat das passiert.